Ich werd' dich holen, Junge! Nein, ich bin doch bei dir. Hey, Kinder, was geht bei euch ab? Ich dachte mir ganz kurz, bevor ich jetzt Counter-Strike aufnehme, will ich kurz diesen Clever-Bot ausprobieren. Hi. Hi, Hans-Herrbarger-Flauers. Danke. Aber ich bin kein Mädchen. Ficker. Oh, thank you. Was? Feed me. Was war das für ein Zwinkern? What do you want to eat, fraction question? A Pizza. I thought he wants my dick. Do you like Pops? No, but I like boobs. Oh, I have a cat. Was war das für mich? Wie ich lacht? No, I have got a pussy. I'm a cat. Do you like dogs? I like dogs, because I'm one. Are you a dirty dog? No, you are a girl. Nein, aber du bist ein Mädchen. Do you like black guys? Do you like black guys? Nein, hier geht's. Was war das für mich? Nein, nein, du hasst dich. Alter, you are fucking crazy, aren't you? What the fuck are you talking about? You are fucking crazy. You speak German. You are a book, like I speak German. Yes. Sieht aus wie ein Ultra-Deutscher. Hallo? Sprich Deutsch. What do you want to? Magst du Frauen? I like aber nur als Freundinnen. Nur als Freundinnen. Nicht als Fest, nur als Freundin. Er ist nämlich gay. Bist du homosexuell? Siehst nämlich so aus, ein bisschen. Oder? Er lacht. Nein, ich habe Hibbys. Nein, er hat Hibbys. Alles gut. Er ist nicht homosexuell, er hat Hibbys. Magst du weiße Leute? Nein. Diese Unterhaltung ist hier mit beendet, mein Freund. Och von mir aus. Ist das auch noch frech, oder wie? Du darfst mich gerne haben. Ich werde dich holen, Junge. Nein, ich bin doch bei dir. Wir sind alle. Wir sind alle. Wir sind alle. Wir sind alle. Bis zum nächsten Mal.